Hallo und herzlich willkommen wieder bei THC's Game Channel 4.3 was ihr gerade gehört habt das war schlagsahne aus der keine ahnung geiles zeug auf jeden fall ich fang einfach mal spiel einfach weiter es ist der erste august wie man hier sieht das ist neun uhr abends besser geht's nicht nachts da wird es nicht gruseliger dieses game deswegen ja 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 Ah ja, wir sind also Nicht mal Verschnaufpause bekommt man hier Gut Nicht mal eine Verschnaufpause nach der Zwischensequenz bekommt man hier Wir befinden uns also offensichtlich Auf einem Airport Flughafen Und some weird shit is happening Das steht schon mal fest Some weird shit is happening Und äh Dann konnten wir den erstmal Schauen wir wo uns Wow Dieses Weird shit zeug Hinführt Hartnäckige Biester Unsere Pistole ist erstmal leer deswegen tauschen wir das ein gegen die hier Die ist auch schon ordentlich geladen Aber wir laufen erstmal mit der hier rum Wüsste ich doch dass es hier was zu holen gibt Haben wir wohl beides auf Maximum Komplett voll aufgeladen Und Ja Es geht weiter Sind das Käfige Nee Nee Das ist normal Okay Dann kommen noch mehr Ja Diese Viecher die folgen uns echt überall hin Im Supermarkt Im Flughafen Draußen Drinnen Ein Bahnhof Oh Wir kommen jetzt in den Flughafen hinein Von außen hier Wow Ja Das Wetter Das Dunkel bricht herein Das Ende naht und so So sieht's auf jeden Fall aus Und aus Die gehen hinein Wow 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 Zack Bitch Oh Hey man diese Muss man treten Muss man nur Doll genug treten Klappt das schon Äh Ja Ach nö Kommt her Wo seid ihr Missgestalten Some weird shit is happening Überall ist Blut Überall sind hier so diese Schleifspuren von Leichen Kann so übertreiben Ordnung Ist Ein Drittel Leben Okay Da geht's also weiter Deswegen check ich nochmal die Gegend hier Bevor ich nicht mehr zurück kann Man sieht ganz leicht Das Wasser hier runter tröpfelt Und hier unten aufschlägt Das ist Das ist geil gemacht Auch wenn's nur so ganz Plätze Kleinigkeiten sind So Die Tür geht nicht auf Die auch nicht Wir haben die Pinder für nicht Die geht auf Nein Die klemmt Das heißt Oha Erschießt sie Ich will damit nichts zu tun haben Ach jetzt zielen die auf mich Sebastian Sebastian Wuuuuh Zack 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 Das war's mit dir Ja Aber ich schieß lieber diese Typen hier ab Als diese Hunde gestalten Und wo man schon grad von redet Hier ist doch Hier war doch grad eins Da Wow Größere Oder was What Nee sind doch keine Größeren Immer schön rückwärts laufen Und drauf halten Okay Okay Plus Gas Ding Als bekannt Ich hab's hier was zu holen Das wäre so eine stelle für irgendwas versteckt mäßiges Aber naja Waffen Klo 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 Auf Klo So davon geht nicht Das heißt wir müssen in die Kantine vermutlich Ach Küche Kantine Wow Der zum Beispiel Hat mich erschrocken Weil ich beschäftigt war mit der Tür Schreckmoment for the win Ne So 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 Double OC Yeah Yeah I'm Trying to find a way to you but It isn't looking good Just Be careful Some weird shit is happening Weird shit though Boop Bullet time Die hab' ich Pfff Kaum eingesetzt Weil das nicht nötig war Irgendwie Keine ahnung Das war auch irgendwie Nervig Aber jetzt mach' ich's Ach der hat überlegt lebt what the fuck what the fuck what the fuck man hier sind beide what the fuck what the fuck es gewittert what the fuck what the fuck da gibt es den durchgang ok traditionell mit dem messer hier kommt das war es mit ihr ja es gibt es nichts dann gehen wir mal durch die kasse was gibt es hier wer wer zum teufel geht hier hin stellt sich hier an diese schlange wenn jemand nicht so abgehen würde und kauft sich diesen scheiß diesen scheiß dieser schrift zu 100% all natural künstliche zu zusatzstoffe for the win wenn ihr was natürliches haben wollt könnt ihr mir einen lutschen bastarde gibt es doch ohne eheg meine gurke gibt es ohne eheg hier land ich ganz ja egal wie gesagt meine gurke gibt es ohne eheg kundel herr auf zu zittern dammd scheiß drauf das müssen hier welche durchkommen ja was denn jetzt guck die lernen es nicht nur doch scheiße wir lernen doch also low ammo das heißt diese waffe nehmen ganz dahinten aber wenigstens abwechslungsreich hier wo 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 kann ich auch haben könnt ihr alles haben mal auf mich zu beleidigen nein messer 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 bezweifelt zwar dass im echten leben wenn es solche vier geben wenn erst mal das totaler quatsch im echten leben aber dass sie mit messern dann kaputt gehen auch noch mit so zwei ich glaube nicht muss hier vermutlich rund ja muss ich aber ich könnte auch hier runter ich nein springen okay dann nicht oben bin ich vermutlich sich ja ob die generv fixen gegner haben die schon mal erledigt ist gut jetzt muss ich nur noch die nicht nervigen gegner erledigen ja komm egal schauen wir uns ein wenig um sich aufgelöst okay ich glaube da steht jemand der hat mich überrascht ein wenig was soll es eigentlich aber ich beile mich jetzt es wird jetzt ein speedrun und ich bin im eildurchgang tot ja hecht juh hier noch ein wenig hier noch ein 2, 1, 1 Get back, get back Get back Get back, get back Get back Get back, get back, get back, get back Get back, get back, get back, get back Some E-Hack-Shit So, jetzt sind wir auch schon wieder da an der Stelle Jetzt müssen hier Soldaten auftauchen Ich spring mal, damit sie mich nicht sehen Damit sie meine Füße nicht sehen Zerfleisch ihn doch What Jetzt sterbe, ne Komm Komm Hier müsste einer sein Die ist so rausgelaufen vermutlich Ich kann nicht herausfinden, was ihre Agenda ist Oh nein Oh nein Das heißt doch, der Der Blaumann ist wieder da Ein ständiger Begleiter Eines vier Soldaten Oder eines Sohn Almas Der blaue Fuzzimutzi Ich will die Fuzzis behalten Aber praktischer wäre die Knarre Mann Der Spaß muss dem praktischen weichen Das ist immer so in dieser kalten, herzlosen Welt Ja, ja Ja, ja What? Eine Ratte Geil Kranker Scheiß soll hier abgehen, habe ich gehört Ich glaube, ich bin hier richtig Wow Ja Ähm Kranker Scheiß Ich brauche Ne, doch nicht Gibt es wohl doch nicht hier Einen Kranker Scheiß Gibt es nur im Thailand Urlaub Äh Das enttäuscht mich Hä? Moment, hier bin ich ja hergekommen Müsste ja Es sieht auf der anderen Seite genauso aus Es ist gespiegelt Das heißt aber Ich bin hier richtig Das heißt aber auch Hier gibts Krankenscheiß Das heißt auch, da kann man durch Kommt das denn her, Mann? Nicht verarschen Und jetzt ist das Ding auch noch weg Die Paranormale Anomalyse sind erwartet Die Teams von 2 oder mehr Check in at regular Fuck you Da sind sogar Einschusslöcher Hier drauf zwar nicht, aber okay Dark Sky Der neue Gruselfilm Garantiert gruseliger als dieses Game Ab 12 abgegeben Ab 12 abgegeben Freigegeben Komm her What the fuck Pilze Pilze, 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 Pilze Der Spaß für die ganze Familie Mushroom Party Besser als Pillen schmeißen Obwohl ich glaube, das ist auch krasser Naturzeug ist immer krasser als Der Synthetik-Kack Ist auch gesunder Tut man was für die Natur So Also sie Kämpfen sich Fleischen was Könnt nichts gegen machen Ist wohl gescriptet Jep, ist gescriptet Immer das gleiche bei solchen Spielen Hier hinter gibt's doch was zu holen, oder? Ne In Deckung, in Deckung gehen Abballern Missgeburt Wo Der Hat mich Gut erwischt Ein Mann Namee, Mann Azad Ein Mann Namee Gutes Lied übrigens Aus dem Album Leben Von Azad Das ist nicht schlecht Ich meine das ist Müsste Leben sein mit Nordwest Frankfurt Nordwest Shit Hä? Hä? Diese Sackgasse, oder was? Wer beschießt mich denn? Der da Wo? Immer schieß ich auf die Füße Das ist Reflexartig hier Ja Ja Äh Ja Ja Ich sehe blaue Menschen Hilfe 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 Hä? Auf dem Bildschirm darf nichts anderes laufen als THC's Fame Channel Alles andere wird ausgelöscht Alles andere wird ausgelöscht Raö Schnell Ich Wolle Sollte mich besser ausdrücken Nee, mach ich nicht Das macht keinen Spaß Was, Mann? Uzi, Mutzi Uzi, Mutzi Oh 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 Was ist denn da? Was ist denn da? Was ist denn da? Eine biologische Waffe hier Aber okay Was ist er denn? Wow 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 Sein Ende naht schon Er hat schon bisschen an Farbe verloren Den geht es nicht mehr so gut Ja um noch mal raus Du lutscher Du fucking Lutscher Tack das war's mit dir na klar jetzt kommen die alle angekrochen bullet time und jetzt laufen wir wieder weiter moni haben wir aufgeladen es geht weiter laufen wir im kreis ja das tun wir jemand zum aufsaugen hat nicht mal ein henkel hänkel spänkel im kürknochen hier geht's weiter hier kamen noch die gegner her THC's fucking game channel man da entleer ich auch gerne mal meine magazine soo jetzt muss ich aber wieder scheiße in der küche gab's muni what what was ist das auf jeden fall eine dicke waffe die kann meinetwegen der uc weichen ja das war meine ma gefragt ob ich was zu essen haben will um halb 10 nachts was was ist das ach das ist ach das ist eine nagelkanone ja das war schon immer meine lieblingswaffe aus vier überhaupt allgemein lieblingswaffe was für menschen an anwenden dran klammern ist doch anwenden anwenden Ich putz gleich ab. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich kann sie wahllos verballern und bekomme Nachschub. Ja. Geil, ey. Die feuchtesten Träume von mir sind gerade wahr geworden. Ich will diesen biologischen Freak jetzt abhängen. Geil, ey. Ich will den Schuss nicht mehr. Oh mein Gott, verdammt! Na? Wie ist das so? An der Wand abzuhängen? Ist aber schon... wie so ein Nagel. Schwebt dort zwar in der Luft, aber... Okay. Das Snipergewehr... Das wird wohl... Nee. 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 Ha! Hat ganz schön Durchschlagskraft. Hat nen Wumms. Ordentlichen Wumms hat das. Boah. 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 Den nächsten Gegner entleere ich ein ganzes Magazin in sein... Gesicht, Alter. Wiss du? Boah. Das ist so krass. Irgendwie... Boah. Nee. Aber auch... ...nichtmal solche geilen... ...Gewehre bringen mich dazu. Irgendwie Mordbelüste zu bekommen. Ist aber auch gut so. Denn dieses... ...hier ist nur ein Game. Ist zwar schon geil, wie weit der weg fliegt so, aber... ...das war es dann auch schon. Boah. Ein Sniper. Wut, 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 wut. Ich hab's hier was zu holen. Eins... Oh, ein... Snipergewehr. Nein, ist gar keins. Snipergewehr gab's wohl nur oben. Nagelkanone. Nagelkanone. Oooo... Sieberkumpssnake-nos. Oooo... ... ... ... ... ... ... ... ... Nummer 1, down!